Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier zu Super Meat Boy. Ich hab das Gefühl, dass wir letztes Mal hier aufgehört haben. Und dann kam ich auf die super tolle Idee, hier weiterzumachen. Hoppla. Hier weiterzumachen. So, hätten wir das schon mal. So, und dann gehen wir ins nächste Level. Da war ich hier schon. Ne, ich glaub ich war hier auch schon. Egal, wir machen das ja mal eben. Und als ich letztens gezockt hab, kam hier noch dieses Portal dahin, sag ich mal. Und das werden wir jetzt gleich auch mal ausprobieren. Wir wiederholen das Level und latschen dahin. Oder springen. Wohl eher. So, komm. Komm da rein. So, jetzt. Oh mein Gott. Warp Zone. Ja, Super Meat Boy jetzt auch für ein Game Boy Color. So, und wir müssen dahin. Ich weiß aber noch nicht genau wie. Und wir haben hier nur drei Leben. So, probieren wir es mal so. Hm. Ah, okay. Ich weiß es jetzt, glaub ich. Ist aber schwer. Hier können wir uns hinstellen. Yo. Hier können wir uns hinstellen. Yo. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Aber wie sollen wir das tun? Wie zur Hölle? Hm. Einfach so? Klappt das ja nicht. So. Dann wird das schon mal ordentlich gefailed. Probieren wir mal das nächste Level direkt. Und wir das, glaub ich, auch schon hatten. So, und ist... Es kann sein, dass es hier kleine Probleme geben könnte. Und zwar, weil ich irgendwie das Problem hatte, dass, wenn ich irgendwas gezockt hab oder so, oder halt ein Browser war oder keine Ahnung, ist ja eigentlich auch egal. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. In dem Tab halt, dass dann der Tab nicht mehr im Vordergrund war auf einmal. Und wenn ich dann die Pfeiltasten drücke oder springe oder so, dann passiert da natürlich nichts. So. Ah, verdammt. Versuchen wir erstmal, da auf dieses kleine Ding drauf zu kommen. Vielleicht so? Ja, das könnte gehen. Ja. Na, also. So, Grade A Plus hatte ich hier auch schon. So, dann hier. Ich hab immer gedacht, also es kam mir immer so vor, wenn ich hier diese... So, diese... Wo halt hier so ein Loch drin ist. Wenn ich da, ähm... Rankomme, dass es dann kaputt ist. Also, dass es dann zu Ende ist wegen Doodle Jump. Da war das ja so. Gut. Das Level ist schon was schwerer. Allerdings gibt es hier auch so eine kleine Abkürzung. Die dann von oben etwas schwerer ist. So, geht's auch nicht. Au. So geht's erst recht nicht. Vielleicht versuche ich mal hier hin. Yo. Hat sogar geklappt. Und dann das Level auch abgeschlossen. Gut. Hier wird's dann jetzt schon wieder was schwerer. Mit diesen... Dingern. So. Haben wir aber auch hingekriegt, wenn man drankommt. Gehen die halt nach einer Zeit kaputt. Seht ihr jetzt hier leider nicht. In der Wiederholung. So. Und hier durch. Vielleicht bemäzt der ein oder andere. Ich spiele ein bisschen anders. Und mir fällt gerade auf, dass man den Cursor hier sehen kann. Oh, das sollte ich nicht tunen. Tune. Ja. Ich bin gerade auf dieses Windows... Ähm... Ganz unten rechts bei Windows 7. Dass man den Bildschirm dann frei sehen kann. Da bin ich gerade drauf gekommen. Ah, verdammt. Können wir direkt aufgeben. Da gibt's keine Chance. So. Ah, verdammt. Komm dann. Next try. Sorry, wenn ich hier nicht so viel labern kann. Aber bei sowas vor allem muss man sich dann auch ein bisschen konzentrieren. Weil man ja dann auch schnell wieder da runter muss. Sonst stürzt man ab. Und da oben ist auch wieder so ein Warp-Zone-Ding. So, jetzt ist das passiert. Jetzt bin ich hier irgendwie gerade rausgekommen. Ich weiß, der Cursor ist im Bild, aber ich hoffe, es stört jetzt nicht so extrem. So. Ach, verdammt. Da kann... Mein Fehler. Ja. Eurer wohl kaum. So. Okay. Probieren wir nochmal, dieser Warp-Zone zu kommen. Ist ja eigentlich auch immer recht interessant. Vor allem der Stil... Den Stil von der Warp-Zone finde ich cool. Ah, verdammt. Ah. Ich bin's auch selber schuld. Und jetzt bin ich weg. Ah, toll. Egal. Dann. Dann eben nicht. So. Nee. Wie soll ich das meistern? Okay. So wahrscheinlich eher nicht. So, komm. Ja, es hat geklappt. Jetzt noch das hier. Einfach. Rahm rein, zack. Ende. So macht man das sicherlich verkehrt. Aber so. Ach, was. Sorry, ich habe immer noch ein bisschen Husten. So. Hier einfach dran vorbei. Zack. Dann hier hin. Und wieder runter. Okay. So, das Level auch abgeschlossen. Und das hier ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Hier muss man dann drüber springen. Oh mein Gott. So. Ah, Mist. So. Jetzt? Nee. Hm. Es hat gerade irgendwie... Es ist nicht mehr weitergelaufen. Also, ich bin nicht mehr weitergelaufen. War vielleicht wieder dieses... ...eben beschriebene Problem. Okay. Ich muss da... Wow. Ich muss da warten. Alter. Mein Daumen tut auch langsam ein bisschen weh. Ich eben auch schon gezockt habe. Okay, 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 okay. Gut. Das Level auch geschafft. Und ich... Ich mach halt immer nur mit der Daumenseite drück ich nur immer auf die Space, beziehungsweise die Leertaste. Und das ist halt ein bisschen schlecht. So. Direkt hinterher. Okay. Okay. Ähm. Wir müssen hier hin. Gut. So. Oh, 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 oh. Das war knapp. Aber... Jetzt ist er wieder raus. So, jetzt. Mein Gott, das ist schon so ein bisschen nervig. Also, falls jemand eine Idee hat, wie ich das lösen könnte, schreibt's in die Kommentare. Was gibt's denn noch alles für Sprüche von famous YouTubers? Verdammt. Also. Oh. Lasst einen Kommentar da. Ist ja... Wow, 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 wow. Ist ja jetzt von Pong. Dem neuen... Kanal von... Also dem neuen großen Comedy-Kanal in Deutschland. Mit... Agcrime und Lucrezia und so. Halt. Ich denke, ihr kennt den. Und ich wollte euch einfach mal fragen, wie findet ihr das denn so? Auch, dass sie dann halt... Was sie für Videos produzieren, wie ihr die findet. Und vor dem Level... Mich gefürchtet. Ich wollte nicht, dass das kommt. Okay. Das war... Nein, es hat geklappt. Wow. Na, wofür... Wovor habe ich mich denn da gefürchtet? War doch alles harmlos. Okay. Ist hier irgendwas, was uns abschießen will? Ich glaube, hier will es uns so ziemlich vieles abschießen, aber gerade fällt mir nichts auf. Was vielleicht auch schon wieder schlecht sein könnte. Aber ich denke mal, es ist einigermaßen okay noch. Gerade. So, hier. Oh, da darf ich nicht drankommen. Wer hätte es gedacht? Sieht auch sehr gesund... Wow. Gesund aus. Ah! Wow, 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 wow. Okay. Ja, man. Doch, hat geklappt. Wir sind super! Oder ich. Jetzt seid ihr mal wieder nicht beteiligt. Entschuldigung. Und das ist schon das vorletzte Level von dieser Welt. Hä? Hier bin ich eben auch... Das habe ich eben das erste Mal geschafft. Von daher könnte es sein, dass das hier das letzte Level in diesem Let's Play wird. Wow. Was ich schaffe... Äh, was ich anfange... Nein, ich kann ja auch Level anfangen, auch wenn ich andere noch nicht geschafft habe. Allerdings ist das hier schon etwas komplizierter. Das heißt auch The Test. Okay, ich wollte die Bandit holen. Ah! Was mache ich eigentlich? Kennt ihr das? Ihr macht irgendwas und fragt euch dann, was macht ihr da überhaupt? Mir ging es da letztens so. Oh, okay. Und hier. Was hier? Okay. So, jetzt. Okay. Jetzt wird es recht schwer. So, jetzt gerade nochmal auf den Tab raus. So. Haben es aber doch noch geschafft. Das ist gut. Und jetzt kommt der Boss. Den habe ich selbst noch nicht geschafft. Okay. So, und eigentlich wollte ich mich um den Boss dann erst in der nächsten Folge kümmern. Allerdings machen wir jetzt noch einen Versuch. Einen Versuch noch. Dann beende ich die Folge. Ich habe hier die Macht, das zu tun. Okay, einen noch. Damn. Ja, okay. Ich habe es gesagt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja gut bewerten. Wenn nicht, dann nicht. Dann einen Daumen runter geben. Aber am liebsten auch mit Kommentaren warum und bla 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 und tschüss.